Unser Spruch ist mit ihrem Singsong so einzigartig, dass man schon sagen kann, wir sind ein ganz besonderes Völkchen. Sollen wir, müssen wir einfach übersetzen. Ich weiß nicht, so schwer. Ich kann es auch gerne nochmal machen. Ich kriege es halt nicht. Also, gehen wir mal los. Unser Spruch ist mit ihrem Singsong so einzigartig, dass man schon sagen kann, wir sind ein ganz besonderes Völkchen. Ja, hinten ist sicher ein ganz besonderes Volk. Unsere Sprache ist mit ihrem Gesang so außergewöhnlich, dass man schon sagen kann. Okay, ja, kann man. Harmoniert doch, harmoniert doch. Kann man. Gut, tschüssi. Sehr gut, sehr gut. Also, nächstes. Also, nächstes. Ja. Wir können genauso gut schwätzen, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Ja, kann man das so übersetzen? Ja. Ja. Mach den Anfang nochmal. Wir können ja gedroht schwätzen, wie uns das Schnabel gewachsen ist. Das Einzige, was du nicht ganz richtig übersetzt hast, war gedroht. Ja, okay. Wir können so, wie uns das Schnabel gewachsen ist. Ja. Schon einfach. Ja, oder? Ja. Kann man schon so sagen, Dominik. Kann man schon so sagen, Marco. Sehr gut. Danke. Wenn, als Hannoveraner, ist das ein bisschen schwieriger, habe ich gehört. Ich habe gehört. Da sprechen die alle so richtig schönes Hochdeutsch. Super Hochdeutsch. Soll wohl etwas schwieriger Sachen. Noch eins, letztes. Die Laien haben gesagt, dass unser Dialekt orgeblich nicht schell klingt. Die Laien haben gesagt, dass unser Dialekt angeblich nicht schell klingt. Ja, was haben die Laien gesagt? Ja, dass unser Dialekt nicht so schön klingt. Ich sage es nochmal, okay? Ja. Noch ein Versuch, Timo. Ich denke, der Marco hat es. Die Laien haben gesagt, dass unser Dialekt... Die Wachstel, ich habe es nicht verstanden. Die Laien. Die Laien. Die Laien. Die Laien haben gesagt, dass unser Dialekt orgeblich nicht schell klingt. Ja, sehr gut, Timo. Ja, sehr gut. Die Laien, weißt du, sagt man ja auch manchmal. Ja. Deswegen habe ich Laien für einmal und vor. Ja. Sehr gut. Bin zufrieden mit euch. Danke. Habt ihr kurz mal. So schwer war aber nicht. Tschüss.